Vor paar Tagen begann meine Ausbildung beim amerikanischen Militär. Meine erste Aufgabe war es, so tief wie möglich zu fliegen. Doch dann wartete bereits eine noch viel schwerere Aufgabe auf mich. Ich musste auf einem Flugzeugträger landen. Und auch diese Aufgabe meisterte ich... Ey, das war so gut. Oh Gott, oh ich sack ab, ich sack ab, ich sack ab! Und jetzt folgt die dritte Aufgabe. Ein Stratosphärenflug. Und damit, moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Flugsimulator 2020. Ich habe immer noch den geilen Joystick am Start. Und wir machen jetzt den Stratosphärenflug. Let's freaking go. Sind Sie bereit, schneller und höher zu fliegen als jemals zuvor? Dieser Hyperschall-Transkontinentalflug ist eine herausfordernde Belastungsprobe. Beim Fliegen mit derart hoher Geschwindigkeit und in so großer Höhe kann sich jede Eingabe und jedes Manöver erheblich auf Ihre Flugparameter und Ihren Treibstoffstand auswirken. Ja, mache ich. Ich kriege das hin. Hallo? Ich bin Toledo. Ich kann auch fliegen. Doch, das ist gut, das ist gut jetzt. Das ist gut. Ne, das ist scheiße. Das ist... Ach, komm! Ja, ich wäre halt in die ganzen Flugzeuge reingeflogen. Wichtig, 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 dass wir das heute gut hinbekommen. Ich nehme nochmal einen Schluck. Alter! Gibt es das Ding wirklich? Ja, oder? Das ist so ein Tarnkappending. Der Darkstar. Bereit zum Fliegen. Let's go. Okay, das sieht ja ganz interessant hier drin aus. Allerdings weniger Knöpfe als bei dem anderen Flugzeug, ne? Oh, obwohl hier sind auch viele. Gut. Okay. Ich bin bereit. Drücken Sie den Gashebel auf Mill. Ja. Warte. Oh, ja. Oh, da geht was los. Ah, warte. Ist auf Mill? Ne. Oh, ist auf Mill. Entzünden Sie den Nachbrenner? Wie mache ich denn den? Doch, doch. Ich habe, glaube ich, indem ich auch volle Pulle gemacht habe. Oh. Oh. Oh, das ist nicht gut. Oh. Hä? Sie, was hätte ich denn machen sollen? Da, Nachbrenner umschalten. Ja, habe ich jetzt validiert. Anwenden und speichern. Ich habe jetzt halt keine andere X-Taste mehr. Ist doch, das würde auch nicht so wittig sein. Warte mal ab. Jetzt geht es ab. Zack. Jawohl. Nachbrenner. Wurde gezündet. Ah. Guckt euch das an. Guckt euch das Ding an. Und jetzt geht es ab. Starten Sie durch. Es geht nach oben mit dem Darkstar. Jawohl. Fahren Sie das Fahrwerk durch B ein. Fahrwerk wird einge... Okay. Neigung. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Wir müssen rein. Wir müssen hier... Ah, ja. Da sehen wir, glaube ich, das ist die Steigung. Erreichen Sie Macht 09. Ja, ich habe volle Kanne durchgedrückt. Das sehen wir da auf der... Oh, ich will das noch mal sehen. Ich will das noch mal sehen. Oh, guckt euch das an. Wie schnell sind wir? Weiß jemand? Oh, macht 0,9. Behalten Sie GPS-Steuerkurs bei. Ach so, warte mal. Ich glaube, GPS, wir müssen mehr auf der... Genau, auf der lilanen Linie. Das sehen wir da unten rechts. Da müssen wir ein bisschen mehr am Start sein. Oh, ja. So ist gut. So ist gut. Krass. Oh, ein bisschen wieder ausrichten. Komm, lass uns noch mal gucken. Lass uns noch mal gucken. Och. Das muss unglaublich sein, dieses Gefühl, wenn du da drin sitzt. Wirklich. Ich finde ja Fliegen unfassbar faszinierend. Warte mal, kann ich denn hier drinnen auch ein bisschen gucken? Krass, man sieht hier kaum was. Krass, weil wahrscheinlich ansonsten hier alles gefühlt explodieren würde, weil du irgendwann so schnell bist. Oh, ziehen Sie langsam nach oben. Oh, warte mal, wir haben Mach 0,9 nicht mehr drin. Sind wir... Warte. Oh, behalten Sie eine Neigung von 20 bei. Das ist jetzt 20. Perfekt. Oh, kleine Turbulenzen. Wir gucken noch mal raus. Wir sind gleich über den Wolken. Über den Wolken. Ei, ei, ei. Muss die Feier, wo kann sie los sein? Okay, Konzentration. Ich frag mich, wie viel das Ding wahrscheinlich ist. Das kostet doch mehrere Milliarden Euro, dieses Flugzeug, oder? Das ist wahrscheinlich ein Prototyp. Oh, ich muss mal gucken. Ich muss jetzt mal... Boah. Geiles Ding. Geil, Alter. Das ist faszinierend. Oh, warte, warte, warte. Wir müssen kurz wieder wirklich Business machen. So auf die 20 wieder zurück. Oh, oh, nee, 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 nee. Ich will ja die anbrechen. Oh, nee. Rolle umgedreht? Okay. What? Jawohl. Ich mach die Rolle. Ich mach den Rollmobs. Perfekt. Halten Sie... Warte, 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 warte. Halten Sie ein G beim Herunterziehen. Junge, ich weiß doch nicht... Okay, ich muss jetzt so... Okay, neigen Sie sich langsam. Unbeladene Rolle in aufrechte Position. Und wieder drehen. Okay, ich seh nichts, mir ist schwindelig. Okay, warte. Oh Gott, ich hab die Kontrolle verloren. Oh. Ja, alles gut. Wir haben uns wieder gefangen. Oh, wir sinken, wir sinken. Alles gut. Und wir haben Mach 1. Erhöhen Sie die Neigung langsam auf 10 Grad. Okay. Jawohl. Und KIA. Perfekt. Behalten Sie die GPS-Steuerung. Oh, wir müssen ein bisschen nach rechts. Oh, jetzt müssen wir Mach 3. Wie schnell sind Mach 3? Kann mir das jemand sagen? Boah, das muss geil... Das ist doch dreifache... Ich wollte gerade sagen, dreifache Lichtgeschwindigkeit. Ne, dreifache Schallgeschwindigkeit. Ist das korrekt? Okay, wir müssen die 10 beibehalten. Okay, ansonsten alle Kontrollsysteme sind positiv. Wir müssen jetzt Mach 3 erreichen. Ah, unten links sehen wir den Airspeed. 1,51. Unser Airspeed geht auch hoch. Wir sind bei 1,68 mittlerweile. Gar nicht so leicht, diese Neigung von 10 beizubehalten. Okay, kurze Trinkpause. Wie trinken die eigentlich da drin? Die haben ja sicherlich so einen Schlauch oder so. Auch zum Pinkeln. Alter, der pinkelt da ja nicht in eine Flasche. Kippt die um, Alter, auf die Instrumente. So, wir sind jetzt schon bei Mach 2. Wir gucken mal. Boah. Jetzt sind wir wirklich über den Wolken. Alter. Es ist wirklich faszinierend. Oh, warte, wir müssen wieder umschalten. Das gibt es halt wirklich. Da sitzt dann jemand in einer, in so einer Blechbüchse, die Tausende von kmh schnell. Warte mal, ich gucke mir mal kurz eine Sache nachgucken, weil ich hätte gerne die genaue Zahl. Mach in kmh. Es ist einfache Schallgeschwindigkeit, sind 1234,8 Kilometer pro Stunde. Also 1200 kmh. Wir fliegen hingegen aktuell 2,36. Also sind wir, wir fliegen schon über 3000 kmh schnell. 3000 kmh. Das ist vollkommen crazy. In einer Blechbüchse und das Einzelnen dieser Raketen. Da wird einfach Treibstoff verbrannt. Oh. Yo. Das knattert. Das knattert aber heftig. Das hört sich. Guck mal, warte mal. Hört mal. Der, der Sound. Und krass. Guck mal hier. Huh? Batz. Geiles Ding. Absolut geil. Da hinten ist auch der Mond. Wow. Und jetzt habe ich noch schön zwei dicke Atombomben dabei. Auch was für eine Präzision da gearbeitet. Also, versteht ihr, was ich meine? Da darf dir ja kein Fehler passieren. Bei 3000 kmh, wenn da irgendwie was falsch ist. Hitzeschild, whatever. Junge, das Ding explodet. Batz. Oh, und wir kommen auch langsam in eine ganz leckere Stratosphäre oder so. Alter, das ist faszinierend. Das ist krass. Es tut mir leid. Manche denken jetzt wahrscheinlich, was will der Junge von uns? Ich für mich einfach fliegen. Mein Vater hat ja bei der Lufthansa gearbeitet. Es kommt manchmal in meinen eigenen Kopf nicht rein. Wie krass allein. Oh, wir haben Macht 3. Scramjet-Übergang. Aktivieren Sie den unteren Lichtsignalschalter im Cockpit. Was für ein Lichtsignal. Oh, warte. Oh, krass. Mach ich. Ich drück. Signal leuchten. Aktivieren Sie die oberen. Okay. Okay, okay. Zack. Habe ich. Treibstoff... Oh, oh. Warte. Welchen Schalter? Den hier. Zack. Habe ich aktiviert. Okay. Jetzt den Scramjet. Oh, jetzt. Was bedeutet Scramjet? Sehen wir das von außen? Zack. Ist aktiviert. Und? Warten Sie, bis die Scramjets die volle Leistung erreicht haben. Boah, wir sind auf 3... Boah, wir sind auf 3... Oh, ja. Wir sind jetzt fast bei Mach 4. Alter. Jo, erreichen Sie Mach 9. Ey, Mach... Das ist doch krank. Langsam nach unten neigen. Okay, warte mal. Langsam nach unten neigen. Um auf 3.000... Okay, warte mal. Okay, wir müssen jetzt ein bisschen nach unten. Leute, guckt euch das an. Sorry. Ey, das ist faszinierend. So, okay. Behalten Sie den horizontalen gerade Ausflug bei. Oh, warte. Da müssen wir kurz... Da müssen wir hier so auf 0 bleiben. Ja, und jetzt auf Mach 9. Wir sind schon bei Mach 5. Absolut heftig. Erreichen Sie Cape Canaveral. Okay. Und da unten seht ihr es. Unten links. Der Airspeed 6,5. Leute, Leute, Leute. Guckt euch das an. Ja, wir sind jetzt schon bei Mach 8. Oh, ja, guck mal. Man sieht auch, wie das Jet langsam an seine Grenzen kommt. Wir haben glücklicherweise Hitzeschilde. Aber das glüht hier alles. Junge. Krass. Und wir haben Mach 9. Ah ja, guck mal. 36.000 haben wir. Wir haben Mach 9. Geil, Junge. Jetzt ist die Aufgabe, Cape Canaveral zu erreichen. Das ist doch da, wo dann auch die Raumschiffe und so weiter starten, oder nicht? Was ich mich frage, wie wird man so ein Pilot? Also du gehst dann zum Militär und da werden ja dann wirklich nur die Allerbesten, der Besten, dürfen so ein Flugzeug fliegen. So diese Geheimsachen. Und wie sagst du das deiner Frau? Lügst du die an? Sagst du dann, ja, ich fliege so ein ganz normales Flugzeug? Aber in Wirklichkeit fliegst du so die geheimen Area 51-Dinger? Oder sagst du ihr, ja, ich hab da so ein geheimes Superprojekt, aber du darfst nichts sagen. Weil wenn ich was sag, dann muss ich dich umbringen. Wie weit ist denn das noch bis Cape Canaveral? Hallo? Wann sind wir da? Hallo? Die Leute haben schon alle Feierabend gemacht. Jetzt kurz ein bisschen TikTok scrollen. Hier so ein bisschen. Ja, machen wir. Wo ist mein Handy? Perfekt. Ich gucke mir jetzt ein paar YouTube-Shorts an, Alter. Leute, ey, ganz ehrlich. Wenn ihr Bock habt auf weitere Folgen, schallert gerne den Like rein. Also, Flugsimulator ist mal wieder ein absolutes Fest. Es fehlt nur noch, dass wir hier so ein paar saftige Bomben an Bord haben. Das Gute ist, wir steigen auch langsam. Wir sind immer noch auf gutem Kurs. Na ja, guck mal, jetzt können wir hier... Warte mal. Na, da können wir richtig auf den Boden zoomen. Ja, ja, guck mal hier. Oh, was sind Abdeckungen? Engine Reset? Generator? Wo ist der? Oh, wir haben auch nur noch 55% Fuel. Windschutzscheiben enteisung. Stell dir vor, du stehst da unten irgendwo und siehst plötzlich am Himmel so ein Flugzeug. Du denkst ja auch, ah, alles klar. Das Krasse ist auch, wir überqueren gerade die kompletten Vereinigten Staaten. Im Westen sind wir gestartet. Oh, warte mal, wir haben den GPS-Steuerkurs nicht mehr. Und landen dann in Cape Canaveral. Ich weiß nicht ganz genau, in welchem Bundesstaat das ist. Aber es ist auf jeden Fall komplett im Osten. War es Cape Canaveral nicht so Florida-mäßig? Ich glaube schon. Warte mal. Hey Siri, wo ist Cape Canaveral? Hier ist die Adresse auf der Karte. Ah, ja, ist in Florida. Oh, irgendwas, irgendwas taucht auf der Karte auf. Seht ihr das? Da ist irgendwas auf meinem Radar. Da, seht ihr das? Da, da, da unten. Was ist das? Ein anderes Flugzeug? Eine Superbasis? Ich frage mich, was das war. Ich könnte mir vorstellen, ein anderes Flugzeug. Aber ich sehe keins im Luftraum. Komisch. So, jetzt noch 150.000. Hat so ein bisschen was von Flixbus-Simulator. Da sage ich auch immer, so Leute, noch so und so viele Kilometer. Alter, es ist so warm in diesem Anzug. Also das ist natürlich mein Fluganzug. Der muss mich natürlich schützen. Oh, was, ähm, oh, guck mal, ich habe hier irgendein, ah, guck mal, hier können wir, oh, nee, ich habe meinen, haha, kurz ausgestellt. Hattenmodus? Ah, ja. Ach, krass, hier kann man das so umstellen. Wie hell das sein soll. Oh, Leute, nur noch 75, 70.000 noch. Dann sind wir gleich in Cape Canaveral. Ich wiederhole, dann sind wir in Cape Canaveral. Landescheinwerfer? Mach ich schon mal an. Ne, ich mach sie aus, sonst nicht, dass ich Ärger bekomme. Oh, aber krass, wir haben nur noch 29% Fuel. Jetzt muss geschallert werden. 30.000, ja, aber ist ja nicht mehr weit. Also, das sollte ja wunderbar klappen. Jetzt nochmal eine professionelle Landung. Oh, dann läuft das. Da ist wieder Fingerspitzengefühl gefragt. Oh, da ist schon wieder irgendwas auf unserem Radar. Was ist das? Zimti. Da steht tatsächlich Zimti. Wer ist Zimti? Ist Zimti eine Militärbasis? Oder ist Zimti ein Flugzeug? Guck mal, halte mal die Augen offen. Was ist das? Weißt du, das ist Zimti über... Ne, ich wüsste zu gern, was das ist. Das ist jetzt hinter uns. Ich sehe da aber nichts. Oh, was denn passiert? Was? Sie haben das Flugzeug überbelastet und kritischen Schaden verholt? Was? Ich habe doch gar nichts gemacht. Nein. Ich muss jetzt nicht alles nochmal machen. Was? Nein, 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 nein. Bitte, bitte, Spiel, abbrechen. Das kannst du mir nicht antun. Ich bin eine halbe Stunde geflogen. No front. Aber ich mache das nicht nochmal. Ich sitze da die ganze Zeit nur... Bitte, lass mich doch die Landung machen. Flugdauer 35 Minuten. Ja, ich weiß 35 Minuten. Ich saß 35 Minuten hier. Warte mal, wir machen jetzt mal hier. Hauptmenü. Weiter. Ja, wir landen hier. Das wird nämlich jetzt die finale Prüfung sein. Eine eiskalte Landung mit dem Ding. Und ich lande das. Oh, jetzt ist gerade... Warte. Es ist ein bisschen dunkel draußen. Jawohl. Und wir können abheben. Fahrwerk einfahren. Sehr gut. Warte mal, warte mal, warte mal. Reise nach. Landeanflug. So. Oh, bitte lass es jetzt Tag sein. Ey, es ist abgestürzt. Hallo. Wisst ihr was, Leute? Das ist ein Zeichen. Ich höre auf. Ich kann das nicht. Ich möchte nicht fürs Militär arbeiten. Ich werde mich bei der Lufthansa bewerben. Für die möchte ich arbeiten. Da, wo schon mein Vater gearbeitet hat. Lufthansa, ruft mich an. Ich bin bereit. Ich sage dem... Sage dem... Dem amerikanischen Militär goodbye. Und für heute muss ich euch auch leider goodbye sagen. Tut mir leid, dass wir jetzt hier so eine saftige Landung nicht mehr hinbekommen. Aber der Kram stürzt irgendwie ab. Keine Ahnung warum, weshalb. Ey, Leute. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem eine gute Zeit bei dem Video. Falls ja, schallert gerne den Like rein. Wie gesagt, das nächste Mal möchte ich ganz gerne für die Lufthansa arbeiten. Vielleicht so eine dicke Boeing, einen fetten Airbus fliegen. Das könnte ganz geil sein. Wenn ihr da Bock drauf habt, schallert gerne den Like rein. Falls ihr noch geile Missionen für das Spiel kennt. Weil es gibt, glaube ich, so ein paar Sachen, wo du so bei verrückten Flughäfen und so landen musst. Also auf so einer krassen Landebahn. Schallert die Infos rein. Danke fürs Zusehen. Euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao, ciao.